7 Geheimtricks gegen Bauchfett Bauchfett ist wirklich hartnäckig. Wenn Sie aber diese kleinen Tricks anwenden, werden Sie den Speckpolster ruckzuck los. Trick Nummer 1 Viel Wasser trinken Unser Körper sollte immer ausreichend mit Flüssigkeit versorgt werden. 2 bis 3 Liter am Tag sollten es sein. Und dann am besten nur Wasser. Wenn Sie zwei Gläser Wasser vor jeder Mahlzeit trinken, fühlen Sie sich schneller satt. Auch Heißhungerattacken können so vermieden werden. Trick Nummer 2 Früher ins Bett gehen Zwar bestehen die Grundpfeiler zum Abnehmen aus Ernährung und Sport, aber auch Faktoren wie gesunder Schlaf sollten Sie nicht unterschätzen. Schlafen Sie zu wenig oder nicht gut, schüttet der Körper vermehrt Kortisol aus. Das führt dazu, dass Fett im Körper gelagert wird. Trick Nummer 3 Negative Gedanken loswerden Neben schlechtem Schlaf sorgen auch Negativität und Stress für Bauchfett. Wenn wir uns schlecht fühlen, Wenn wir uns schlecht fühlen, neigen wir dazu, zu ungesunden Lebensmitteln zu greifen. Anstatt sich auf das Bauchfett zu konzentrieren, sollten Sie sich lieber auf Dinge an Ihrem Körper fokussieren, die Sie toll finden. Das hilft aus dem Teufelskreis auszubrechen. Trick Nummer 4 Häufiger Joghurt essen Perfekt für das Frühstück oder die Mahlzeit zwischendurch ist eine Portion Joghurt. Studien haben ergeben, dass das enthaltene Kalzium die Fettverbrennung anregt. Zusätzlich sind die probiotischen Bakterien gut für die Darmflora und können einem Blähbauch vorbeugen. Trick Nummer 5 Gesunde Fette aufnehmen Fett ist nicht generell schlecht. Einfach ungesättigte Fette wie sie in Olivenöl und Erdnussbutter enthalten sind, können sogar gegen Bauchfett helfen. Auch Avocado ist besonders gesund. Solche Fette enthalten den Stoff Manoeptulose, welcher die Produktion von Insulin hemmt, und so die Aufnahme von Fett verringern kann. Trick Nummer 6 Weniger Kohlenhydrate essen Pasta, Reis und Co. sind zwar lecker, aber nicht gut für die Taille. Setzen Sie lieber auf Vollkornprodukte und Früchte. Diese helfen Ihnen dabei Bauchfett zu bekämpfen. Eine tolle Alternative zu regulärer Pasta ist der Spaghetti Kürbis. Trick Nummer 7 Magnesiumhaltige Lebensmittel essen Auch Magnesium kann gegen Bauchfett helfen. Magnesium ist ein Energielieferant und befindet sich beispielsweise in Kürbiskernen, grünem Gemüse und Avocado. Durch die Aufnahme von Magnesium werden Enzyme aktiviert, die die Verdauung und die Aufnahme von fetten Proteinen und Kohlenhydrate regulieren. Herzlichen Glückwunsch Vielen Dank.